Hallo Leute, heute werde ich euch unsere gemietete Ferienfinca vorstellen, also unser gemietetes Haus. Und zwar waren wir da ja in Ibiza und da wollte ich euch heute kurz mal zeigen, wie wir da gewohnt haben. Und das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Und zwar kommt man erstmal so eine Treppe hoch und dann sieht man erneut eine Treppe, die hoch zu einem kleinen Balkon führt. Nach links hat man immer riesen Grundstücke, also wie gesagt, es war gemietet. Und hier rechts haben wir halt die Tür zu unserem Wohnzimmer, besser gesagt zu dieser kleinen Wohnung. Und da kommt man erstmal ins Wohnzimmer, halt ganz normal, eigentlich sehr altmodisch, mit einem kleinen Fernseher. Und nach rechts kommt dann so ein großer Esstisch, also nicht wundern, wir waren da schon fast am Ende des Urlaubs. Und dann kommt man zu so einem kleinen Schreibtisch, auch alles voll. Weiter kommen wir zu dem Zimmer von meinem Bruder, auch eigentlich ganz klein und fein. Und ja, hier rechts sieht man unser Badezimmer. Weiter geht's dann zu den zwei größeren Schlafzimmern. In dem hier haben ich und meine Mutter geschlafen. Und direkt daneben haben meine Tante und meine kleine Cousine geschlafen. Gehen wir das Ganze wieder zurück und kommen dann wieder in den Wohnbereich. Hier sieht man einen kleinen Spiegel. Und dann kommen wir in die Küche, die dann nach draußen führt. Da links hatten wir uns eure ganzen Süßigkeiten. Und hier kommt man dann auch gleich zu dem großen Raum. Naja, besser gesagt halt draußen, aber so unterdacht. Hier hatten wir noch mal so eine kleine Küche und dann kommt da so die Draußendusche. Und da ist auch noch mal ein Esstisch, wo wir eigentlich jeden Abend gespielt haben. Und nach rechts sieht man dann den großen Pool. Und das war total schön da. Das Grundstück war so groß, dass man gar nicht wirklich bis ans Ende kam. Gehen wir wieder das Ganze zurück, wo ich euch gesagt habe, dass da so eine kleine Terrasse ist. Dann nehme ich meine Schlüssel und... Habt ihr den Deckel da gerade gesehen? Und hier rechts... Also erstmal der ganze Überblick. Und hier rechts hat man dann nochmal einen Eingang zu einer kleinen Wohnung. Also nochmal so ein ganz kleines Apartment, wo man halt ein normales Zimmer hat. Everything changes. Wir können fliegen und unsere... Aufdachsachen im Pool. Und da hinten seht ihr auch mal eine kleine Pusine. Jetzt geht's hier hinten auch nochmal mit einem kleinen Tisch weiter. Und da kommt auch nochmal... Kommt auch nochmal ein Riesengarten mit ganz vielen Pflanzen und so. Das war's mit dem Video und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn's euch gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Und lasst mir ein Abo da, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!